Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Oh mein Gott, Bitcoin, warum machst du das mit uns? Wir gehen wiedermals nach unten und wir werden darüber reden, wo wir hingehen und wie tief dieser Dump geht. Und das alles in der heutigen Sendung. Und wir werden auch über Ethereum reden. Und auch über die Bitcoin-Dominanz. Oh Mann. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin hier in Miami. Versuch am Leben zu bleiben. Ich bin in the pipe, 5x5. Aber ich bin etwas enttäuscht, weil ich nicht zu der Bitcoin-22-Konferenz gehe. Also lange Geschichte, kurz erklärt. Sie wollten, dass ich bezahle, dass ich da hingehe. Und zweitens, sie haben den Preis verändert und deswegen gefällt mir das nicht. Und deswegen werde ich nicht da hingehen. Und das ist eigentlich ziemlich schlecht, weil sie, zum Beispiel Chris von MMCrypto, Carl from the Moon und mir kein Respekt geben. Von dieser Konferenz. Aber das ist einfach, wie es ist. Irgendwann wird sich das vielleicht verändern. Und wenn wir jetzt weiter machen. Wenn ihr das Ganze traden wollt, dann könnt ihr das tun. Bei Bybit.davincij15.com Oder auch bei Femex.davincij15.com Und vergisst nicht, gefällt mir, abonnieren und die Glocke zu drücken. Und das hilft diesem Kanal. Ich schätze das wirklich sehr. Vielen Dank. Also lasst uns jetzt rüber gehen zu der technischen Analyse für heute. Wow. Also was ich gestern nicht gesehen habe, dass wir, auch wenn wir hier seitwärts gegangen sind, wir sind hier seitwärts gegangen. Also ihr könnt sehen, von diesem Punkt bis hier rüber, gingen wir einfach nur seitwärts. Also ihr könnt sehen, wir haben nicht viel gemacht. Aber die Signale haben uns gezeigt, dass wir weiter nach unten gehen. Mit der Zeit. Also das ist kein gutes Signal. Und ihr könnt sehen, dass wir in dem Video nach oben gegangen sind, aber die Indikatoren nach unten. Und das bedeutet, es gibt weniger Kraft auf dieser Bewegung, die uns hier weiter nach oben bringt. Aber wir werden noch weiter nach oben gehen, aber noch nicht jetzt. Wir werden noch etwas Abwärtsdruck sehen. Und hoffentlich endet das bald. Weil ihr könnt sehen, die Indikatoren sind bei dem niedrigsten Bereich. Also wir könnten hier einen Wendepunkt sehen. Sollten wir unter diesen Bereich gehen. Und wenn wir da durchbrechen, das wäre kein gutes Signal. Also wenn wir unter die 44.244 gehen, dann werden wir den ganzen Weg runter gehen, zu der nächsten Unterstützungslinie von 42.500. Oder sogar 42.595. Das gefällt mir nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und wir könnten auch eine Wende sehen. Weil denkt dran, wir haben hier etwas Support. Wir könnten sehen, dass wir nicht erst den ganzen Weg runterkommen. Und dann wieder uns umdrehen und weiter nach oben gehen. Also haltet die Augen auf, wenn ihr das tradet, diese Shorts hier, dass ihr euer Stop Loss setzt. Bei Bitcoin ist immer noch in einer Bullischen Bewegung. Auch wenn das kurzfristig jetzt nach unten geht und wir eine kurzfristige Korrektur sehen. Ich würde sagen, den tiefesten Punkt, den wir erreichen könnten. Lass uns sehen. Das wäre, wenn wir diese M-Formation nehmen. Diese M-Formation. Und denkt dran, die M's können sich auch in ein W verwandeln. Weil wir jetzt in einem Bullischen-Szenario sind. Also haltet das in Gedanken. Also wenn wir diese M-Formation nehmen. Von hier oben bis hier unten. Und wir das hier unten ansetzen. Zu dem Ausbruchsbereich. Oh, das ist brutal. Wir könnten Preise von 40.000 sehen. Was uns die Charts hier sagen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und wir könnten den ganzen Weg wieder zurückkommen. Bis zu 40.000. Und uns dann umdrehen und weiter nach oben gehen. Also das wäre eine Möglichkeit. Dass wir dieses Ziel sehen. Von diesen M. Bei Bitcoin. Und ihr könnt auch sehen. Der Rock'n'Brainer-Indikator. Der hat uns ein Verkaufssignal gegeben. Also ihr könnt sehen. Wir brechen richtig nach unten aus. Also wenn ihr euch für den Rock'n'Brainer interessiert. Dann könnt ihr rüber gehen zu payments.rock'n'brainer.eu. Und lasst uns jetzt rüber gehen zu Ethereum. Ethereum. Ethereum, ihr könnt sehen. Wir sind in der geraden Linie nach oben. Und wieder mal. Ich habe das schon mal gesagt. Die Indikatoren. Wir hätten uns die ansehen sollen. Wir gehen nach unten. Also der Preis ist nach oben gegangen. Aber die Indikatoren nach unten. Und das gibt dir ein Signal. Dass wir nicht genug Kraft haben. Für diese Bewegung. Weiter nach oben. Und wir hätten das sehen sollen. Aber ich war zu sehr in einem bullischen Szenario. Und habe das nicht gesehen. Also deswegen entschuldige ich mich. Und wir können sehen. Genau hier. Wir haben uns das angesehen. Und das war ganz klar. Das finde ich war jetzt nach oben gehen. Und nicht genug Kraft haben. Also der Ausbruch stand eigentlich bevor. Also jetzt sind wir hier bei diesem Ausbruch. Wo wir hier gedammt sind. Und wir haben hier die Unterstützung getroffen. Von 3200. Eigentlich sogar 3290. Und ja. Wir können sehen, dass wir hier vielleicht etwas abprallen. Wir sind hier schon abgeprallt mit dieser Kerze. Und jetzt gehen wir vielleicht da durch. Also höchstwahrscheinlich ein Ausbruch da durch. Dann werden wir den ganzen Weg runter kommen. Um die 3000 nochmal zu testen. Ungefähr. Bei 3029. Oder vielleicht. Vielleicht können wir sehen. Ich sehe nichts anderes hier. Keinen anderen Widerstandsbereich. Vielleicht einen ganz leichten. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube wir werden da richtig durch crashen. Vielleicht wenn wir diesen Bereich halten können. Ungefähr die 3200. Bitte. Aber ich glaube das ist ziemlich unwahrscheinlich. Wir werden da einfach durchschießen. Und zu den 3000 Dollar gehen. Also ich werde heute reden. Bei der 21 Million Savage Conference. Also wenn ihr hier seid. Geht darüber. Also ich werde nicht bei diesem Event sein. Bei der Bitcoin 22 Conference. Das ist einfach wie es ist. Aber ich werde das hier in meinem Hotel genießen. Oder hier in Miami. Ich bin in dem The W Hotel. Das ist ein wunderschöner Ort. Und natürlich. Ich werde auch zu anderen Konferenzen gehen. Weil es wird noch viel kleinere geben. Wo ich hingehen werde. Und lasst uns jetzt rüber gehen zur Dominanz. Die Dominanz dreht sich etwas um. Ich bin nicht überrascht. Weil Litherium. Richtig heftig gedammt ist. Also höchstwahrscheinlich. Werden wir deswegen pumpen. Also hier gibt es ein Davo. Also dieser Pump wird wahrscheinlich noch etwas weiter hoch gehen. Und durch diese vorherige Unterstützung. Die jetzt natürlich Widerstand ist. Und wenn es das bricht. Dann können wir sehen. Dass wir zu diesem höheren Bereich gehen. Und hoffentlich hält es dann da. Bei den 43%. Dann können wir uns vielleicht umdrehen. Und weiter nach unten kommen. Höchstwahrscheinlich bis zu den 39%. Und wenn das passiert. Das werden richtig grüne Tage. Ihr könnt sehen. Dass sehr viele Coins sich hier verdoppelt haben. Silica. BSW. Ja. Sehr viele grüne Coins. Also deine Altcoins machen gute Profite. Gepreist in Bitcoin. Und ihr solltet in Bitcoin profitieren. Weil ihr die Little Old Lady Strategy benutzen könnt. Um eure Altcoins zu verkaufen. Ziemlich weit oben. Und dann in Bitcoin zu wechseln. Warum wollt ihr das? Weil Bitcoin ist echt. Bitcoin ist hier um zu bleiben. Und ihr müsst ein Teil davon sein. Danke, dass ihr geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.